Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal zu etwas ganz ganz Neuem und zwar Monoplie in Minecraft. Das Ganze soll jetzt ein Teil einer kleinen Videoreihe werden und zwar Punkt, Punkt, Punkt in Minecraft. Wenn das allen klar ist, also gewisse Spiele, die ich einfach in Minecraft umsetze. Ich habe noch was gesucht, was bisher halt so noch nicht wirklich passiert ist. Es gab schon so ein, zwei Kleinigkeiten, aber ich wollte das Ganze jetzt nochmal vernünftig machen. Und wem jetzt nicht ganz klar ist, das ist kein Problem. Ich werde euch jetzt mal erklären, was Monoplie überhaupt ist. Ich würde sagen, let's go! Was ist Monoplie denn überhaupt? Monoplie ist ursprünglich ein Gesellschaftsspiel und ein Brettspiel. Das heißt, man kann sich das Ganze so vorstellen wie, man hat so ein großes Brett, ist ein Quadrat und da hat man außen Felder. Normalerweise sind das 40 Stück. Bei mir in meinem Monoplie ist es leider ein bisschen fehlgeschlagen. Das sind 44 Felder, ist aber gar kein Problem. Ist also auch ein Stück weit eine Eigenkreation. Ziel des Spiels wird es dann sein, bzw. ist es, dass man als einziger noch Geld übrig hat. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen stumpf, aber wie kommt man denn überhaupt dahin? Also, man hat einen Würfel im Spiel, jeder würfelt, ist klar, kennt man. Und dann kommt man auf die verschiedenen Felder. Da gibt es dann zum Beispiel sowas wie Straßen, Sonderfelder, Ereignisfelder und noch ein bisschen was mehr. Wichtig zu wissen ist erstmal, dass man sich Felder kaufen kann. Nicht alle Felder, aber Straßen. Straßen, das sind diese bunten Teile, also wo du immer mehrere bunte als Paar hast. Das ist dann so ein Straßenpaar. Und dann kann man sich jeweils eine Straße daraus kaufen. Die kostet dann ein bisschen was, man hat ein Einkommen. Kommt dann ein anderer darauf, weil der kann aufwürfeln, kriegt eine gewisse Felderanzahl, muss der eben ein gewisses Einkommen zahlen. Das natürlich steigt, so teurer auch die Straße war. Sonderfelder sind dann sowas wie Los, das ist der Startpunkt. Wenn man loskommt, kriegt man ein bisschen Geld. Und der Rest erklärt sich dann auch von selbst. Soweit also erstmal zum Spielprinzip. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt und starten Monopoly zu. Erstellen, kreieren, sucht euch was aus. Let's go! Also, angefangen habe ich mit dem Scoreboard. Jeder weiß, was ein Scoreboard ist, steht einmal rechts, kann man sich gewisse Sachen drauf anzeigen lassen. Zum Testen habe ich da erstmal das Geld hinzugefügt. Weil in Monopoly hat man ein gewisses Geld, Startgeld von 2000. Das habe ich da einfach erstmal reingeschrieben. Problem ist natürlich, da jetzt irgend so mein Geld reinzuschreiben, bringt es, wenn man kein vernünftiges Geldsystem hat. Das habe ich dann erstmal hinzugefügt. Ich kann den Spielern was geben, was wegnehmen oder halt einfach setzen, wie es mir gerade gefällt. Das Ganze wird dann auch im Scoreboard angezeigt. Und hat relativ gut funktioniert, bis auf einmal, ja gut, hat nicht alles sofort funktioniert, aber passiert. Danach habe ich mich um eigentlich was gekommen, was gar nicht so zu Monopoly gehört, aber was jedes Minigame braucht. Und zwar eine Wartelobby. Ich wollte die Wartelobby jedoch nicht ganz so langweilig machen, wie man es sonst kennt. Man spawt einfach irgendwo, muss warten, kann da ein bisschen rumhüpfen und wird dann ins Spiel rein teleportiert. Und zwar ist die Wartelobby im Spiel drin. Das heißt, man hat hier ein Spielbrett und bei mir ist halt in der Mitte ein bisschen Platz, weil da legt man dann keine Karten oder sowas hin. Hat man ja nicht, weil es ist in Minecraft. Dafür habe ich dann also so einen kleinen Punkt gemacht, wo man reinkommt, da kann man ein bisschen rumlaufen und sich die Map ansehen. Danke auch nochmal an Jujo, der mir eine schönere Map gebaut hat, als die, die ich am Anfang benutzt habe. Man sieht vielleicht den Unterschied, ich hoffe mal. Danke also an Jujo für die Map. Dann hatte man also den Punkt, wo man warten kann aufs Spiel und den Startpunkt. Ist natürlich das Los, Feld 1. Manchen fällt jetzt vielleicht auf, es gibt Feld 1, Feld 2 und so weiter, aber was sind das überhaupt? Und das musste ich jetzt auch erstmal meinem Programm sagen. Sagen klingt irgendwie komisch. Egal. Und zwar mein Field System. So habe ich das Ganze genannt. Da hatte ich eine kleine Planung und zwar haben die verschiedenen Felder ja Farben. Ich habe mich dann am Original orientiert und die Preise und das Einkommen für die Felder festgelegt. Namen habe ich mir dann teilweise selbst überlegt und teilweise einfach aus dem Spiel genommen. Ich hatte dann, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, 44 Felder anstatt 40. Ist dann aber nicht so schlimm, weil es dadurch einfach nur ein paar mehr Ereignisfelder gibt. Da würde ich mir dann auch noch ein bisschen was einfallen lassen, was ich damit reinpacken kann. Somit habe ich also alle Felder benannt und eingerichtet. Und zu den Feldern gehört dann natürlich auch Freiparken. Wenn mich ganz bewusst ist, was Freiparken jetzt ist, das ist ein Feld im Spiel, wo man Geld bekommt. Und ja, im Grunde genommen ist es einfach wie ein eigenes, wie ein eigener Pot. Jedes Mal, wenn man durch ein Ereignisfeld was zahlen muss, kommt das Ganze nicht einfach in die Bank, also ist im Grunde genommen weg, sondern kommt in Freiparken rein. Heißt, das ist ein großer Pot mit allem Geld, was so eingesammelt hat und wenn man draufkommt, bekommt man alles Geld, was in diesem Pot drin ist. Ich habe das Ganze dann ein bisschen verschönert, auch von den Messages her und mein Spiel hat mich gemobbt. Aber später hat es dann funktioniert. So viel also erstmal zu den Feldern. Weiter ging es dann bei mir mit dem Würfel. Jedem ist klar, was ein Würfel ist, nur konnte ich das so leider nicht ganz in Minecraft umsetzen. Man kennt das ja, man würfelt, der Würfel holt, holt, stolpert, das war mein, nein nicht stolpert, was, äh, das Spiel rollt, genau, über die Map, über das Spielfeld. Nur, das konnte ich halt nicht umsetzen, weil mir dafür einfach die Kenntnisse komplett fehlten. Vielleicht kann ich das später nochmal umsetzen. Erstmal habe ich das aber anders gelöst und zwar habe ich mir einfach einen Spielerkopf genommen, ein paar Würfel rausgesucht und das dann im Inventar als Animation ablaufen lassen. Danach wurde einem dann eine Zahl angezeigt zwischen 2 und 12. Das konnte man ja würfeln, normalerweise mit zwei Würfeln, hier jetzt mit einem Würfel. Hat man das dann gewürfelt, kam man auf das Feld, beziehungsweise halt voran und dann wurde einem angezeigt, wo man steht und dann konnte man halt entweder eine Straße kaufen, wenn man auf die Straße gekommen ist oder Ereignisfeld und dann passiert zum Beispiel, deine Mutter hat sich das Bein gebrochen, zahle 200 Euro Krankenhauskosten. Soviel also erstmal zu den Feldern. Dann, wie ich vielleicht gerade schon erwähnt hatte, gab es natürlich auch die Möglichkeit, was zu kaufen. Dafür habe ich einfach eine kleine Benutzeroberfläche gebaut. Ist jetzt nichts weltbewegendes, aber man kann es benutzen und jeder versteht, wie es funktioniert. Dann, eine Sache, an die ich zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht so wirklich gedacht hatte, und zwar Häuser. Jedem ist klar, was ein Haus ist, aber in Monopoli ist das wie ein normales Haus. Das ergibt einfach Sinn. Kann man also einfach auf eine Straße, nur auf Straßen, draufbauen und erhöht damit das Einkommen der Straße. Heißt, wenn jemand anders draufkommt, erhöht sich das Einkommen pro Haus. Bei einem Haus wird es verdreifacht und so weiter. Lohnt sich natürlich und ich habe dafür einfach eine kleine Oberfläche gemacht, so ein GUI-Teil, wo man dann seine eigenen Straßen gesehen hat und sich dafür beliebig Häuser zukaufen konnte. Soviel erstmal zu allem. Zwischendurch gab es natürlich auch mal ein paar kleine Fehler. Lässt sich nie vermeiden. Aber im Großen und Ganzen hat das Ganze echt gut funktioniert. Ich habe zwar ein bisschen gebraucht, habe es auch schon vor drei Wochen angekündigt. Tut mir leid, dass es ein bisschen später kommt. Aber hier ist es. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vorschläge, was ich noch in Minecraft nachmachen kann, in die Kommentare. Der Teil 2 wird wahrscheinlich diese Woche kommen. Gebt ein Like und ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.